In meinem Leben gab es eine Zeit, da hat mein Leben nicht gut funktioniert. Ich habe Privat und Geschäft einfach nicht auf die Reihe bekommen. Dann lernte ich ein Seminarprogramm kennen, wo ich dazulernen durfte, wo ich erkennen durfte, wer ich selber bin und wo mein Potenzial liegt. Heute darf ich ein Leben führen, was ich mir damals hätte nicht so schön vorstellen können. Wenn auch du in deinem Potenzial wachsen möchtest, wenn du dich noch besser kennenlernen möchtest, dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Mein Name ist Mario Möckel und ich würde mich über einen Kontakt mit dir freuen.